Stefan Streuter ist Musikorganisator in der Kauhe, die sich auch selbst tragen muss. Bei den Leuten, die hier Kultur machen, das habt ihr mittlerweile auch gemerkt, ihr habt euch ein bisschen umgesehen in Gelsenkirchen, ist so diese jetzt erst Rechthaltung doch ziemlich stark vertreten. Wir haben halt hier seit Jahren eine Konzertgruppe, die organisiert Punk-Konzerte seit Jahren, zwei Stück im Monat. Die Leute wollen da alle keinen Pfennig von haben. Alles Geld, was reinkommt, wird an die Bands ausgeschüttet. Die Leute lassen die Musiker bei sich übernachten und das ist also eine Szene, die in sich funktioniert.